Dieses Video gibt einen kurzen Einblick über die Masterarbeit, die sich mit dem Deployment von Komponenten- und Konnektorenarchitekturen auf verteilte cyberphysische Systeme befasst. Cyberphysische Systeme enthalten sowohl softwaretechnische als auch mechanische Bestandteile. Sie nehmen eine essentielle Rolle in den Industrie 4.0 ein und ihre Architektur kann geeignet durch Komponenten und Konnektoren beschrieben werden. Betrachten wir nun folgendes Szenario. Stellen Sie sich vor, ein Automobilhersteller möchte einen Prototypen für ein autonomes Fahrzeug entwickeln. Aufgrund der Komplexität der Tätigkeit entscheidet er sich dazu, die Entwicklung der Funktionalität von der Realisation in der Hardware zu trennen. Außerdem möchte er einen modellgetriebenen Softwareentwicklungsansatz verwenden, da er dann in die Lage versetzt ist, die gesamte Softwarearchitektur in einem Modell zu beschreiben und dieses in Gänze zu verifizieren. Weiterhin können hierdurch die Entwicklungskosten gesenkt werden, da viele Aspekte der logischen Architektur wiederverwendet werden können, wenn sich zum Beispiel die technische Architektur ändert. Beispielsweise kann sich die Anzahl der Steuergeräte im späteren Serienfahrzeug von denen des Prototypen unterscheiden. Mit Monti-Arc steht bereits ein Werkzeug bereit, mit dem Komponenten- und Konnektorenarchitekturen realisiert, als auch simuliert werden können. Monti-Arc-Modelle werden wie hier auf der linken Seite zu sehen, in textueller Form angegeben. Zur Veranschaulichung ist auf der rechten Seite die grafische Repräsentation abgebildet. Wir sehen eine äußerste Komponente, Next-Gen-Car, welche vier Komponenten enthält. Eine Komponente weist immer einen Typ und einen Instanznamen auf. Beispielsweise ist in dem Modell eine Komponente vom Typ Behavior Control mit dem Instanznamen Controller enthalten. Die Komponenten interagieren über klar definierte Schnittstellen miteinander. Diese Schnittstellen werden Ports genannt und sind typisiert und gerichtet. Beispielsweise sendet im vorliegenden Fall die Komponente Camera über ihren ausgehenden Port Pick Nachrichten vom Typ Picture an den eingehenden Port Pick der Komponente TSR. Interagieren zwei Komponenten miteinander, dann wird dies über einen Connector notiert. Im textuellen Modell wird er mit dem Schlüsselwort Connect eingeleitet. Der Connector ist im grafischen Modell als Pfeil dargestellt. Monti-Arc ist nun in der Lage, das textuelle Modell einzulesen und daraus eine ausführbare Implementierung zu generieren. Die Implementierung kann anschließend auf einem physischen System simuliert werden. Die Simulation eines Monti-Arc-Modells basiert auf der mathematischen Semantik-Fokus. Der Nachrichtenaustausch zwischen den Komponenten ist als gezeiteter Nachrichtenstrom realisiert. Die Ströme wiederum sind jeweils gerichtet. Monti-Arc entkoppelt die Simulationszeit von der Echtzeit des Systems. Hierdurch kann die Geschwindigkeit der Simulation beliebig angepasst werden. Die Simulationszeit ist global gültig und weist eine diskrete Zeitdomäne auf. Das Voranschreiten der Zeit wird durch sogenannte Zeitticks realisiert und der Bereich zwischen zwei Zeitticks wird Zeitscheibe genannt. Monti-Arc sichert nun zu, dass innerhalb einer Zeitscheibe jede Komponente genau einmal ausgeführt wird. Die Interaktion der Komponenten erfolgt dabei stark kausal und synchron. Zu Beginn einer Zeitscheibe lesen die Komponenten die anliegenden Nachrichten an ihren eingehenden Ports gleichzeitig, also synchron, ein und verarbeiten sie. Anschließend erfolgt ein Tick und eine neue Zeitscheibe beginnt. Die Komponenten geben nun auf ihren ausgehenden Ports die Ergebnisse ihrer Verarbeitung aus. Die Nachrichten liegen anschließend unmittelbar, also in derselben Zeitscheibe, an den eingehenden Ports an und werden von den entsprechenden Komponenten eingelesen. Streng kausal meint in diesem Zusammenhang, dass die Ausgaben einer Komponente ausschließlich von den Eingaben aus vorherigen Zeitscheiben abhängen. In der Praxis kann die technische Architektur aus mehreren physisch verteilten Systemen bestehen. Dennoch existiert in Monti-Arc kein automatisierter Mechanismus, die Komponenten der logischen Architektur auf die Systeme der technischen Architektur zu verteilen. Weiterhin ist die Simulation bisher monolithisch realisiert. In der Konsequenz ist eine verteilte Simulation nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Systemzeiten der Systeme nicht synchron sind, da kein Synchronisierungsmechanismus existiert. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird ein Verfahren entwickelt, durch das generierte Implementierungen für die einzelnen Systeme erstellt werden können, welche in der Gesamtheit die Architektur verteilt simulieren. Hierzu müssen die physisch vorhandenen Systeme beschrieben werden. Beispielsweise, wie viele Maschinen oder Steuergeräte konkret vorhanden sind. Weiterhin müssen die Kommunikationsfähigkeiten modelliert werden, um ausdrücken zu können, dass Maschine A zum Beispiel nur drahtlos kommunizieren kann. Außerdem muss festgelegt werden, wie die Systeme untereinander über Kommunikationskanäle kommunizieren können. Damit ist gemeint, dass beispielsweise Maschine A mit Maschine B kommunizieren kann, aber Maschine A nicht mit Maschine C kommunizieren kann. Abschließend müssen Systemeigenschaften beschrieben werden können, beispielsweise das System A über 4 GB Arbeitsspeicher verfügt. Technisch wurde sich dafür entschieden, eine eigenständige domänspezifische Sprache für die Beschreibung der technischen Architektur zu entwickeln. Das Deployment wird in einer weiteren DSL modelliert. Das Ziel ist es gewesen, dass das Deployment der logischen Architektur auf die physischen Systeme keinen Einfluss auf das simulierte Verhalten hat. Daher muss eine Veränderung des Nachrichtenstroms und damit auch ein Nachrichtenverlust während der Übertragung über die Systemgrenzen hinweg verhindert werden. Die Komposition der Sprachen erfolgte unter Vermeidung von Abhängigkeiten zwischen den Sprachen, was es erlaubt, die Sprachen unabhängig voneinander wiederzuverwenden und ihre Wartbarkeit zu erhöhen. Das Deployment wird in der Deploy-Archsprache verfasst und beschreibt die Zuordnung der Komponenten der logischen Architektur auf die Systeme der technischen Architektur. Die technische Architektur wird in der Plattform-Archsprache beschrieben. Die drei Sprachen werden in einer Sprachfamilie zusammengefasst, welche die übergeordnete Sprachinfrastruktur enthält. Die Sprachfamilie habe ich Deployment Family genannt. Das Deployment-Modell referenziert nun sowohl Modellelemente der logischen Architektur als auch der technischen Architektur. Ein exemplarisches Plattform-Archmodell wird im Folgenden vorgestellt. Es wird in textueller Form angegeben und durch das Schlüsselwort Plattform eingeleitet, auf den ein Bezeichner der Plattform folgt. In unserem Fall lautet er Concept-TCP. Globale, also plattformweite Eigenschaften, können über Schlüsselwertpaare angegeben werden. Beispielsweise wird hier Windows als Standardbetriebssystem festgelegt. Systemtypen werden mit dem Schlüsselwort Entity definiert. Innerhalb des Typs können plattformweite Eigenschaften überschrieben werden oder weitere typspezifische Eigenschaften ergänzt werden. Für einen Typ können Kommunikations-Ports definiert werden. Diese sind gerichtet, haben ein Kommunikationsprotokoll und einen Namen. Innerhalb des Ports kann das Kommunikationsprotokoll konfiguriert werden. Ein System kann instanziert werden und für eine spezifische Instanz kann die Konfiguration eines Kommunikationsprotokolls nochmals angepasst beziehungsweise vervollständigt werden. Beispielsweise wurde hier der genutzte Port von 9091 auf 42 abgeändert. Über einen gerichteten Konnektor kann ausgedrückt werden, dass ein System andere Systeme erreichen kann. In dem grafischen Modell soll die Notation der Systeme darauf hinweisen, dass es sich um tatsächlich physisch vorhandene Systeme handelt, die jeweils eine eigene Systemzeit haben. Das Deployment drückt die Zuordnung der Komponenten der logischen Architektur auf die Systeme der technischen Architektur aus. Im vorliegenden Fall soll beispielsweise die Komponente GPS dem System Navigation zugeordnet werden. Das textuelle Deployment-Modell wird durch das Schlüsselwort Deployment eingeleitet und weist einen Bezeichner auf. Mithilfe des Schlüsselwortes Deploy wird die Zuordnung einer Komponente der logischen Architektur auf ein physisches System ausgedrückt. Der Pfeil dient hierbei als Zuweisungsoperator. Es lässt sich erkennen, dass die GPS-Komponente mit der TSR-Komponente interagiert. Dennoch wurden die Komponenten verschiedenen Systemen zugeordnet. Daher muss festgelegt werden, wie die Kommunikation zwischen den beiden Komponenten über die Systemgrenzen hinweg realisiert werden soll. In der dritten Zeile des Modells legen wir mit dem Schlüsselwort MAP fest, dass der ausgehende Port Coordinate der Komponente GPS über den ausgehenden Kommunikationsport Out-Channel das System verlassen soll. In der Zeile 6 wird wiederum definiert, dass der Port Coordinate der Komponente TSR seine Nachrichten über den Kommunikationskanal In-Channel des Systems Image empfängt. Die Komponente Camera benötigt keine Mappings, da sie nur mit Komponenten interagiert, die auf dasselbe System deployed sind. Wir sind nun also in der Lage, eine logische Architektur in Monti-Arc anzugeben, als auch die technische Architektur in der Plattform-Arc-Sprache zu beschreiben, sowie eine Zuordnung zwischen ihnen in der Deploy-Arc-Sprache zu verfassen. Das entwickelte Tooling sorgt nun dafür, dass nach der Generierung der Implementierungen für die Systeme Nachrichten zwischen den Systemen ausgetauscht werden können und die Simulationszeiten der Systeme synchronisiert sind. Technisch wird das Ganze durch Sender und Empfangskomponenten umgesetzt, welche die Nachrichten an entlegene Systeme übermitteln, beziehungsweise sie von ihnen empfangen. Durch die Verwendung von Sender und Empfangskomponenten ist es möglich geworden, den bestehenden Monti-Arc-Generator wiederzuverwenden. Wenn sich die technische Architektur zukünftig verändert, muss die Änderung im Modell der technischen Architektur reflektiert werden. Das Modell der logischen Architektur kann jedoch wiederverwendet werden. Weiterhin sind gegebenenfalls marginale Anpassungen im Deployment-Modell zu formulieren. Beispielsweise ist in der Grafik das Modell Next-Gen-Car auf zwei unterschiedliche technische Architekturen deployed worden. Zum einen auf die technische Architektur Concept-TCP als auch auf die technische Architektur Production-TCP. Zusammenfassend ist im Rahmen dieser Masterarbeit Monti-Arc für die Beschreibung der logischen Architektur mitsamt seinem bestehenden Generator wiederverwendet worden. Weiterhin wurde eine Sprache zur Beschreibung der technischen Architektur entwickelt als auch eine Deployment-Sprache. Die Modelltransformationen werden über eine domainenspezifische Transformationssprache realisiert. Die abschließend generierte Implementierung für die einzelnen Systeme erlaubt eine verteilte Simulation des Ausgangsmodells ohne einen Einfluss auf das simulierte Verhalten zu nehmen. Die Sprachkomposition erfolgt unter einer Vermeidung von Abhängigkeiten zwischen den Sprachen, um die Wartbarkeit zu erhöhen und die Sprachen unabhängig voneinander einsetzen zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in das Thema meiner Masterarbeit geben und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.